Wie du deine Trefferquote im Forex Trading enorm erhöhst, in diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast, mein Name ist André und ich dachte, ich produziere mal wieder ein bisschen Content für dich, ein paar Inhalte und zwar komplett kostenlos. Das Wissen, was ich dir jetzt hier gerade in diesem Video vermitteln werde, habe ich von einem englischsprachigen Trader, der vermittelt das ebenfalls kostenlos. Das ist wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Also, du hast dich bestimmt schon mal gefragt, ich markiere mir ein Level im Chart, ich möchte dort Long oder Short gehen. Es hält einfach nicht, es funktioniert nicht, ich werde direkt immer ausgestoppt und ja, das Problem dabei ist, man muss verstehen, erstens, wie funktioniert der Markt, zweitens, wie ist die Psychologie der Trader, ja, und drittens, ich brauche natürlich ein gutes Einstiegskriterium, eine Einstiegsmethode. Ich werde jetzt einmal Schritt für Schritt erklären, wie man wirklich eine sehr, sehr gute Zone im Markt findet. Wir sehen hier gerade ein sehr schönes Beispiel von einer schönen Zone, das kannst du anwenden im Ein-Minuten-Chart, du kannst es anwenden im Stunden-Chart, du kannst es anwenden, ja, in jedem Chart einfach. Egal, egal welcher Time-Frame ist es, immer das gleiche, immer die gleiche Psychologie der Trader, immer die gleiche Markteigenschaft, da spielt der Zeitraum gar keine Rolle. Ja, hier war auf jeden Fall ein sehr schöner Short gewesen, wäre man hier oben Short gegangen, super im Gewinn, ja. Ja, ich werde jetzt für dieses Beispiel einmal in den Stunden-Chart switchen, habe hier schon ein, ja, Screenshot gemacht, von diesem Gebilde. Hier unten ist ebenfalls eine schöne Zone, ja, und ich werde jetzt einmal erklären, welche Zonen man wirklich für geiles Training markieren kann. Dazu öffne ich Paint, Moment, muss meinen Screenshot finden. So, ja, machen wir das hier rüber. Ich habe hier unten diese Zone markiert, ihr seht es hier, diese Zone, warum ist das jetzt hier gerade so, so interessant, warum ist diese Zone so stark? Ich meine damit erstens mal die V-Zonen, ja. Ja, das hier ist ein schönes V, wir sehen das hier, das nächste V ist hier, ja, und hier haben wir zum Beispiel auch noch ein V. Und das sind wirklich hammerharte Zonen, die sehr, sehr gut halten. Wir sehen nämlich das gleiche hier im iMutant-Chart. Ihr seht es, ein schönes V, der Markt retestet das und fällt. Diese Zonen sind besonders, ja, wirklich extrem, extrem gut zum Traden. Wenn ihr nur diese Faust tradet, ich werde euch gleich auch erklären, natürlich, wie das funktioniert und warum das so gut funktioniert. Ihr müsst die Psychologie dahinter verstehen. Ja, warum funktioniert das so gut? Hier geht es extrem nach unten. Ja, man muss, ich erst, erstens mal, muss man verstehen, ich schreibe sie hin, Trend Trader. 99% der Trader sind Trend Trader. Ich bin auch ein Trend Trader zum Beispiel. Wenn ich einen Pullback finde im Trend, steige ich mit ein. Und viele Trader sehen eben, okay, der Markt geht hier nach unten. Ja, wir sehen das hier, der Markt geht hier schön nach unten, wenn man das hier einmal sich betrachtet. Ich gehe short. Und je länger so ein Trend vorherrscht im Markt, desto mehr Orders sind hier auch short drin, desto mehr Trader traden short. Was jetzt interessant ist, ja, der Markt wird aufgehalten hier unten, ja, nach diesem krassen Trend. Wenn der Markt bei diesem Preis hier unten ist, in dieser braun markierten Zone, sind extremst viele Trader short. Das bedeutet, um den Markt umzukehren, ja, dass der Markt überhaupt hier nach oben geht, brauche ich eine Menge Kohle. Ich brauche eine Menge Orders, ja, um überhaupt den Markt umkehren zu können. Weil jeder hier wie bekloppt short reingeht von den Tradern. Das heißt, wenn wir so ein V sehen, der Markt stoppt plötzlich nach so einem Riesentrend, können wir darauf prognostizieren, dass hier unten ein sehr starker Käufer sitzt. Okay, ein sehr starker Käufer sitzt dort, drückt den Preis nach oben. Warum? Natürlich kann er nicht immer die ganze Zeit 100% hier alles nach oben kaufen, immer hier sich reinkaufen, ja, macht er zwar auch, ja, in verschiedenen Schritten kauft er sich rein. Was jetzt aber zu der Psychologie dazu gehört, die Typen, die hier short sind, ja, die Typen, die jetzt short sind, die Trend Trader, ich denke, ihr versteht das auf jeden Fall, die kriegen jetzt Schiss, wenn der Markt auf einmal hier dreht. Ja, das heißt, sie kaufen zurück, das bedeutet, wenn sie zurückkaufen, geht der Markt automatisch weiterhin nach oben, weil ihr Stop Loss wird entweder getriggert oder sie gehen manuell aus diesem Trade raus, ja. Das heißt, dieser Typ, der hier unten tradet, kommt automatisch, ja, durch diesen Druck, durch die Psychologie des Marktes, kommt er weiterhin in den Gewinn. Es geht immer weiter nach oben und dann bildet sich dieses V, ja, also wir können darauf schließen, dass hier in diesem Bereich, wenn wir so ein V sehen, hier unten, ja, zu diesen Preisen ein starker Spieler aktiv ist. Und wir sehen, dass, wenn das Ganze geretestet wird, kann es sein, dass dieser Spieler nochmal aktiv ist oder andere Trader diese Zone hier sehr, sehr interessant finden, weil es eben ein günstiger Preis ist und dann sich direkt wieder zu diesem Preis wieder einkaufen. Ich empfehle es, von diesen V-Zonen wirklich den ersten Retest dann zu handeln und nach dem Einstiegskriterium zu suchen. Es geht einfach nur darum, zweitens ja Angst, ja, die Trend Trader bekommen Angst und die Stop Losses werden dann ausgelöst. Das verursacht diese Bewegung hier nach oben, plus, dass hier unten sich gut eingekauft wurde und es bildet sich eben dieses V, ja. Ihr müsst euch vorstellen, nochmal, warum ist hier oben das so stark? Weil man gegen diese ganze Masse der Trend Trader ankommen muss. Es ist wirklich massiv, gegen diese ganze Masse muss man ankommen und da benötigt man wirklich viel Kohle. Und wenn hier man den Preis gerne umkehren möchte, ja, dann ist man gewillt natürlich, dass der Markt dann nicht hier auf einmal nochmal so runtergedrückt wird und einen hier ausstoppt, ja. Weil sonst verliert man extrem viel, ja, und dann dreht sich der Markt. Wir können dieses Phänomen wirklich in jedem Chart beobachten. Schauen wir mal rein in den 1-Minuten-Chart, hier sieht man das genauso. Der Markt kommt nach oben, der Markt geht runter. Ich erkläre es euch jetzt nochmal Schritt für Schritt an diesem Screenshot. Moment. Genau, hier dran. Also, wo ist meine Maus? Der Markt geht hier hoch, ja. Okay, viele Trader denken, eventuell ein neuer Long-Trend. Moment, was passiert? Sie werden getrapped. Ja, sie kaufen, 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 kaufen. Werden getrapped von hier irgendeinem Big Boy, nenne ich es mal. Big Player, der hier in diesem Bereich sitzt, der hier shorten möchte, ja. Okay, er shortet. Durch seine große Kapitalgröße geht der Markt nach unten. Was machen diese Typen, die hier long sind? Sie kriegen Schiss und müssen aus diesem Trade raus, ja. Sie müssen, sie wollen hier nicht mehr rein und dann, zack, ihre Stop-Losses werden ausgetötet, sie ausgelöst. Sie kaufen zurück, es geht nach unten, ja. Sozusagen. Haben wir hier einen Retest, ist eventuell nochmal dieser Big Player hier am Start. Er möchte auf jeden Fall nicht, dass er diesen Trade verliert, ja. Es ist so, dass der sich auch mehrmals einkauft, ja. Zweiter Retest. Kann man dann hier optimal traden? Es geht hier nach unten, ja. Und diese Zonen sind einfach am besten, wenn ihr diese Vs tradet im Markt. Egal ob long oder short, es muss ein richtiges V sein. Ja, nicht so ein Kack-V, zum Beispiel, dass der Markt hier hingeht, so ein Megatrend. Okay, er geht bis hier hin und ihr tradet schon dann direkt den Retest. Das würde ich niemals machen, sondern es muss wirklich so ein V sein, dass die Strecke des Preises ungefähr gleich ist. Und ihr könnt euch merken, je länger diese Strecke hier nach unten gefallen ist, je länger das nach unten geht, desto stärker ist diese Zone auch, ja. Weil extrem viele Trader absorbiert wurden. Von dem Big Player und auch deswegen diese Orders in den Markt gepumpt wurden. Sehr, sehr geile Sache. Ihr könnt es wirklich in jedem Chart benutzen. Ich zeige es euch jetzt nochmal hier im Stundenchart. Schauen wir nochmal, was hier geht. Übrigens trade ich hier bei extrem günstigen Konditionen bei diesem Broker. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bei Tickmill fast 5 von 5 Sterne gebe ich diesem Broker 4,7 von 5 Sternen. Checkt auf jeden Fall mal die Seite aus. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Tickmill, der beste Forex Broker, weil ihr einfach die günstigsten Gebühren habt. Gebühren sparen lohnt sich hier. Hier bei Tickmill, Link dazu zur Anmeldung findest du unten in der YouTube-Beschreibung. So, wir brauchen wirklich hier so ein richtig geiles V. Hier sieht man das hier nochmal. Ich markiere es euch hier oben. Wäre so zum Beispiel so ein V leider kein Pullback. Hier unten ist auch so ein Bereich. Hier gab es ein Pullback. Ist er durchgebrochen. Allerdings ja auch nicht so eine krasse Bewegung. Hier oben sieht man ein V. Hier gab es ein sehr, sehr kleines V. Sieht man das, aber es ist auf jeden Fall ein aussagekräftiges V. Hier gab es einen Retest und zack, es geht nach unten. Also diese Vs sind wirklich richtig, richtig gut. Hier ist ein V. Man markiert sich das. Okay, wäre hier der Einstieg gewesen. Geht ein bisschen nach oben. Stoppt einen aus. Ihr habt bei diesen Vs wirklich immer die Möglichkeit, gute Punkte zu machen. Vor allen Dingen, wenn man das sich so markiert, sehen wir das hier. Der Markt kommt hin. Er kann auch hier mal einen Fehlausbruch machen. Schießt dann wieder hoch. Ihr seid eigentlich in den meisten Trades immer mächtig im Gewinn. Beziehungsweise ihr könnt den Stop-Schnell-Break-Even ziehen. Hier ist das V. Ihr seht es. V-Retest. Es geht nach unten. Es geht nach unten. Richtig, richtig gute Sache. Hier ebenfalls schönes V-Retest. Es geht erstmal nach unten. Man kann nicht immer erwarten, dass der Markt extrem dann in eine Richtung schießt. Aber man kann einige Punkte in kurzer Zeit, kann man wirklich einige Punkte mitnehmen. Wir sehen es hier. Schönes V-Retest. 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 Geile Trefferquote. Schauen wir noch mal jetzt hier aktuell im Chart. Minuten-Chart. Ja, kommt jetzt ein bisschen höher. Aber wir haben hier reingegangen. Einiges an Punkte mitgenommen. Auf jeden Fall Break-Even. Zu 100% wäre man ein Break-Even gewesen. Oder auch einen kleinen Gewinn. Top Sache. Jeden Time-Frame funktioniert das. Ich bin raus. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Und ja. Ihr findet den Link zum Broker, wo ihr extrem Gebühren sparen könnt. Unten in der Beschreibung. Ebenfalls zu 1 zu 1 Coaching findest ihr den Link unten in der Beschreibung. Ich bin raus. Schönes Wochenende oder schönen Tag noch. Ciao.